Wälder sind die Lungen unserer Erde. Für uns Menschen haben sie viele Funktionen. Wir erholen uns in ihnen, sie liefern Rohstoffe wie Holz, sie sind Schatzkammern der Artenvielfalt. Und als CO2-Speicher sind sie von globaler Bedeutung für den Klimaschutz. Doch die industrielle Nutzung gefährdet die Artenvielfalt und das Klimaschutzpotenzial unserer Wälder und droht den Wald auf die Ressource Holz zu beschränken. Dabei könnten unsere Wälder unter einer naturnahen Bewirtschaftung noch viel mehr zum Klima- und Naturschutz beitragen. Das zeigt die Waldvision von Greenpeace. Die herkömmliche Nutzung unseres Waldes ist geprägt von plantagenartigen Monokulturen aus Fichten und Kiefern. In naturnahen Wäldern stehen große, kleine, dicke und dünne Bäume nebeneinander. Vor allem starke Laubbäume wachsen an den für sie heimischen Standorten bis ins hohe Alter. In der konventionellen Forstwirtschaft nimmt der Holzvorrat durch häufigen und großräumigen Holzeinschlag kaum zu. In einer naturnahen Bewirtschaftung wird seltener und behutsamer in den Wald eingegriffen. Einzelne Bäume oder Baumgruppen werden erst dann geerntet, wenn sie älter und dicker sind. In herkömmlichen Wäldern entsteht weniger Totholz. Dabei ist dieses für den Erhalt der Artenvielfalt essentiell. In der ökologischen Bewirtschaftung bilden daher viel mehr und vor allem auch ältere Bäume nach ihrem natürlichen Tod reichhaltige Lebensräume für Pilze, Insekten, Fledermäuse und Vögel. Herkömmliche Monokulturen sind anfällig für Stürme, Dürren und Waldbrände. Naturnahe Wälder sind angesichts der drohenden Auswirkungen des Klimawandels stabiler und widerstandsfähiger. Durch die kurzen Erntezyklen, die direkte Verbrennung von Holz und der hohen Nachfrage nach kurzlebigen Holzprodukten wird der im Wald gespeicherte Kohlenstoff schnell freigesetzt. Naturnahe Wälder können unter dem Waldvision-Szenario fast dreimal mehr Kohlenstoff binden als konventionell bewirtschaftete Wälder. Der Wald wird somit zu einem wachsenden Speicher für das Treibhausgas Kohlendioxid und kann so entscheidend dazu beitragen, dass Deutschland einen verantwortungsvollen Beitrag zur Erreichung des Pariser Klimaschutzabkommens leisten kann.